Hallo, mein Name ist Julian. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IEM und ich möchte euch einmal das Thema agiles Projektmanagement erklären. Was ist also agiles Projektmanagement? Den Bereich Agilität erklärt man häufig an einem Vergleich. Einmal, wie war es früher oder bisher und wie soll es zukünftig einmal werden? Und im Bereich Projektmanagement ist es dann eben so, dass wir über das klassische Projektmanagement sprechen und über das Projektmanagement mit Agilität. Projektmanagement wird häufig als gegeben angesehen. Wenn man dann aber tatsächlich mal hinterfragt, was es ist, guckt man häufig in fragende Gesichter. Was ist Projektmanagement also? Projektmanagement umfasst die Tätigkeiten der Planung, der Überwachung, der Steuerung und des Abschlusses eines Projektes. Agilität dagegen ist eher ein Mindset und eine Vorgehensweise. Dabei haben sich im 21. Jahrhundert 17 Leute einen Kopf gemacht, was in der Softwareentwicklung nicht gut läuft und was verbessert werden kann. Und diese Gedanken haben diese Leute dann in einem sogenannten Manifest darunter geschrieben. Diese Gedanken haben sich dann auch andere Bereiche angeschaut, weil nicht nur die Softwareentwicklung vor Herausforderungen aufgrund von immer komplexeren Entwicklungen steht und haben die dann auch für gut befunden und adaptiert im Endeffekt. Und so ist dann auch agiles Projektmanagement neben anderen unternehmerischen Bereichen, die dann auch agil gestaltet wurden, entstanden. Agiles Projektmanagement ist also die Kombination aus Agilität auf der einen Seite und Projektmanagement auf der anderen Seite. Und es ist im Endeffekt die Antwort auf das Management von immer komplexeren und nicht mehr so einfach handhabbaren Projekten. Wenn man von einem Projekt spricht, kann das quasi alles sein. Von der Planung der eigenen Küche oder des eigenen Hauses, über die Entwicklung eines komplexen technischen Systems wie einer Waschmaschine, dem Bau eines Flughafens oder dem Bau einer Autobahnbrücke. Auch wenn man wahrscheinlich zu Beginn von jedem dieser Projekte einen Plan hat, wie das Projekt ungefähr verlaufen soll, ist es so, dass sich unsere Welt immer schneller dreht. Die Rahmenbedingungen verändern sich schneller, als man das Wort Projektplan sagen kann und die Kunden verändern sowieso ihre Wünsche von Tag zu Tag, wenn sie überhaupt wussten, was sie eigentlich mal wollten. Dementsprechend müssen mit agilen Projektmanagementmethoden darauf reagiert werden und diese Charakteristika dieser Projekte abgefedert werden. Deswegen ist agiles Projektmanagement keine einzelne Methodik, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene agile Projektmanagementmethoden wie Scrum oder Kanban, um zwei wichtige Vertreter nennen zu wollen. Sie reagieren dabei iterativ auf die Veränderungen und erzeugen in kurzen Zyklen Ergebnisse. Mit diesen Ergebnissen kann dann schnell Kundenfeedback eingeholt werden und auch schnell auf sich verändernde Anforderungen reagiert werden. In diesem Zuge ist dann noch entscheidend, dass die Teams selbst organisiert arbeiten und für ihre Arbeitsergebnisse verantwortlich sind. Sie haben also automatisch ein intrinsisches Interesse an gutem Feedback für ihre Ergebnisse und an ihre eigenen Organisationen. Das Team ist also durch die kurzen Zyklen in der Lage, schnell auf die Veränderungen und geänderten Anforderungen zu reagieren und das kann das Projekt dann erfolgreich zum Ziel bringen. Das agile Projektmanagement kann also mit Fug und Recht als das Projektmanagement des 21. Jahrhunderts betitelt werden.